In vier Tagen ist Heiligabend, auch wenn die Temperaturen es nicht wirklich glauben lassen, die Bäume blühen, Osterblumen sprießen. Dennoch ist Weihnachten in der heutigen verstressten Zeit eines der Feste, an dem die ganze Familie noch zusammenkommt. Ein Fest, an dem sich alle wiedersehen und zusammen feiern. Egal welcher Religion man angehört oder auch nicht. Gerade dieser Punkt, ein Fest, egal welches, an dem alle zusammenkommen, ist doch der Punkt, was Weihnachten uns vermitteln will. Besinnlichkeit und Liebe. Einen schönen vierten Advent wünscht die Interessengruppe und der Förderverein Kammerburg. Noch vier Tage bis Heiligabend. Einen schönen Tag.